Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes Jeder Mensch, ja jede Sau hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und so gesehen hat dir jetzt bald die Platzreife. Gratuliere, Begelein! Aber keine Frau hat verbildet, dass ich länger alleine bleib. Drum passen wir jetzt mal ganz gut zusammen, meine. Und sie riecht so glücklich. Und heute ist ein besonderer Tag. Herrschaften, an diesem wunderbaren Samstag. Heute ist ja wahrhaftig. Heute, die Damen und Herren. Heute hat uns ein bisschen Geburtstag. Wir wollen, so wie es ist. Und ich sage jetzt bitteschön Gratulation miteinander. Auf geht's! Glückwunsch! Alles Gute, Riggi! Hahaha! Ja!